Ja, wir sind wieder hier mit unseren Komposthäckslern und zwar haben wir hier das Modell Terracat 4000, das ist ein benzinbetriebener Häcksler mit einem Hammerwerk und auch bei dieser Maschine ist es möglich, nicht nur Holz zu zerkleinern, sondern alles, was im Garten anfällt, zum Beispiel auch abgestorbene Pflanzen, Pflanzenreste, Stauden, Stauden, Wallen und das demonstrieren wir euch hier mal. Hier kann man es sehen, die Erde und die Pflanzenreste werden klein zermahlen und so könnt ihr für euren Garten hervorragenden Kompost herstellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.